Das ist ein besonders stabil verschweißter Etagenwagen aus strapazierfähigem Stahlrohr und Profilstahl. Über den senkrechten Schiebebügel lässt sich der Wagen mühelos verfahren. Die obere Stahlblechwanne hat einen 10 cm hohen Rand und ist mit Gitterrost ausgestattet. Die untere Ebene besitzt einen 2,5 cm hohen öldicht verschweißten Rand. Somit eignet sich der Wagen zum Hantieren und Umfüllen von Flüssigkeiten. Über den zusätzlichen Hahn können gesammelte Flüssigkeiten abgelassen werden. Die zwei Lenk- und Bockräder haben eine leicht laufende Vollgummibereifung. Feststellbremsen sorgen für den sicheren Stand am Einsatzort. Dieser Etagenwagen wird Ihnen mit 250 kg Tragkraft und 5 Jahren Garantie geliefert. Wagen. 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 Vielen Dank.